Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sainz und wir spielen LS22 in Silver One Forest. Ja, wo denn auch sonst, ne? Ähm, ja, seit der letzten Folge ist nicht viel Zeit vergangen, lediglich ein Abendessen. Es gab heute Lasagne. Mmh. Ja, und jetzt hab ich mir gedacht, jetzt muss ich noch eine Folge dazu aufnehmen. Ich weiß noch nicht so genau, wann die jetzt rauskommt. Ich will ja vorher noch auf jeden Fall, ja, Snowball dazwischen schieben, das mach ich noch. Also, wie gesagt, vermutlich waren jetzt mal zwei, drei Tage ohne LS22. Ich hoffe, ihr habt das überlebt. Ähm, ich hatte das ja schon angekündigt. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich noch nicht angekündigt hatte, wo ich gar nicht dran gedacht habe. Hm, da will ich auf alle Fälle heute nochmal drüber schnacken. Aber erstmal, erstmal, erstmal gucken wir hier ein bisschen so rein, was es hier gibt. Guck mal, hier gibt's einen Drescher. Das wäre jetzt tatsächlich so eine Überlegung, ob man sich den nimmt. Weil wir den perspektivisch vielleicht brauchen, aber nee, nee, das macht keinen Sinn. Das ist Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Wir werden uns Paletten holen. Und zwar will ich mir so eine Palette mit den Setzlingen gleich mal mit hinternehmen. Das können wir uns heute nämlich nochmal angucken. Zumindest können wir den Kram... Küstenkiefer. So, die Überlegung war Küstenkiefer. Gelbkiefer wird ja auch recht groß. Ich hab's tatsächlich noch nicht getestet. Ich würde tendenziell perspektivisch beide mal ausprobieren. Aber jetzt nehmen wir erstmal nur die Küstenkiefer, eine Palette mit. Und fahren die mal gleich hier mit unserem Pickup, denke ich. Das müsste eigentlich funktionieren. Hinter ans Sägewerk. Denn da ist ja unsere Baumsetzmaschine. Da können wir ein bisschen mit rumspielen. Und dann habe ich mir überlegt, möchte ich die Lohnaufträge noch machen? Ich werde wahrscheinlich... Wir werden uns das mit der Baumwolle mal noch mit angucken. Mal gucken, ob sich das rechnet unterm Strich. Oder ob das totaler Blödsinn ist in dem Schwierigkeitsgrad, weil die Lohnkosten so hoch sind. Denn der Futter ist halt von der Miete her... Wir brauchen es ja nur einmal, ne? Wir kriegen tatsächlich, glaube ich, sogar beide Paletten drauf. Vielleicht nehmen wir dann doch gleich noch eine Palette. Wir nehmen noch gleich eine Palette von der anderen Kiefer mit. So, das ist dann dementsprechend falschrum. Genau, die gelben Kiefer nehme ich auch noch eine Palette mit. Und dann haben wir auf alle Fälle eine ganze Menge Bäume. Das kostet jetzt natürlich auch ein bisschen was, ne? Die Setzlinge, wenn man solche Paletten nimmt, das ist schon auch wieder eine kleine Investition, die man hier reinstecken muss. Aber, ja, ich denke, das wird sich auszahlen. So. Ach, ich mag den. Ich mag den Teleskoplader sehr gerne. Ich habe mich schon ein bisschen an den gewöhnt. Und mir gefällt das Handling. Mir gefällt das Handling mit... Also, ich bin ja generell jemand, der sich ganz gerne auch mal festschießt auf gewisse Geräte. Und ich habe bisher immer so... Ah, das passt eigentlich nicht ganz, aber... ...wird schon funktionieren. Ne, ich habe so meine speziellen Geräte, die ich eigentlich fast immer irgendwie probieren will. Aber ich bin auch mal froh, dass ich hier jetzt ein paar andere habe. In der Oldstream Farm haben wir ja einen ganz speziellen Gabelstapler gehabt. Und... Ah, das passt schon so. Das kleine Stückchen können wir so hinterfahren. Ist ja gut angeschnallt. Da kann man die Klappe hinten ruhig mal offen lassen. Ja, und ich genieße das hier mit dem anderen Gabelstapler und mit dem Teleskoplader. Das ist schon eine ganz coole Geschichte. So. Okay. Haben wir jetzt 480 Bäume hinten drauf. Das ist natürlich auch eine ganz schöne Latte, ne? Das sind einige Bäume. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche mal eine Statistik, wie viele Bäume wir schon gefällt haben. Und, ähm... Ja, da gab es auch, was die Bäume angeht, so viele wüste Kommentare schon in den vergangenen Folgen zum Thema Länge und Sonstiges. Ich habe tatsächlich mittlerweile aufgehört zu zählen. Und... Sag mir eins. Ich habe ja ein bisschen was getestet, ne? Und man hat sich viel angeguckt. Und im Endeffekt denke ich mir, wir machen das einfach. Wir machen das einfach und das passt schon so. Ob ich jetzt hier 5 Euro mehr oder weniger aus einer gewissen Sache raushole, ist letzten Endes wahrscheinlich auch total egal. Und, äh... Ja, von daher... Ne, ob wir jetzt mit der Küstenkiefer oder mit der Gelbkiefer letzten Endes mehr rausholen. Ich glaube, die Küstenkiefer macht ein paar mehr Liter. Kann aber auch sein, dass es genau andersrum ist, ne? Ungefähr. Ich glaube, da... Da... Eigentlich... Eigentlich ist es doch total egal, oder? Ich meine, vom Prinzip her... Werden wir das sehen. Und ich bin eigentlich auch ein Gefühlsmensch. Wenn wir... Ne? Ich meine, es hat ja alles so seine Vor- und Nachteile. Und manche Sachen fühlen sich halt einfach besser an als andere. Und wenn... Zum Beispiel... Es gibt... Es gibt ja auch Laubbäume, die... Die... Ich weiß gar nicht, welche das sind. Die... Ich glaube, die Eichen. Die bringen wahnsinnig krasse Mengen. Und... Es macht nur einfach keinen Spaß, die... Die zu fällen. Weil die jetzt total sinnlos ist. Weil man... Weil man die halt nicht mit dem Baumfäller fällen kann. Sondern die muss man mit der Hand fällen. Und die Äste kann man auch nicht so entasten. Weil es halt Laubbäume sind, ne? Es ist halt was anders. Ja, ähm... Und von daher... Wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir probieren das jetzt einfach ein bisschen raus. Und dann werden wir ja letzten Endes unterm Strich sehen, was uns am besten gefällt. Ja, und wir werden schon irgendwie unseren Umsatz machen. So, ich glaube, wir... Ich weiß halt auch nicht, wer... Jetzt muss den Motor, glaube ich... Welche Taste? Jetzt. So. Okay. Der Traktor müsste auch hier hinten schon irgendwo stehen. Hm. Dann können wir uns zumindest die Sache noch angucken. Und was den Baumfäller angeht. Es gibt nämlich ein paar Sachen, die ich noch ganz gerne anschneiden wollte. Beziehungsweise nochmal auflösen für die, die die Kommentare nicht lesen. Was das automatische Ausrichten angeht von den Baumfällern. Also, erstens. Es ist wohl so, dass das ein Feature ist, was mit der Platinum Expansion dazugekommen ist. Wir können mal, wir können mal, wir machen das mal so. Wobei, wir können den ja gleich mit hinternehmen. Es ist wohl so, dass... Das ein Feature ist der Platinum Expansion. Das ist das Erste. Das heißt, wenn ihr die Platinum Expansion nicht habt, ne? Vor der Platinum Expansion gab es das Feature nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Feature der Karte ist. Das glaube ich mal eher nicht. Ich glaube, es ist einfach nur ein Platinum Expansion Feature. Das heißt, ihr braucht das Platinum DLC, um die vereinfachte... Um diese automatische Ausrichtung an den Bäumen zu benutzen zu können. Und das Zweite ist, was ihr braucht. Und das ist das, was ich ja auch schon ein bisschen vermutet hatte. Ihr braucht die vereinfachte Kransteuerung aktiv. Ne? Das können wir gleich nochmal testen. Aber, also zumindest war es so, das haben einige geschrieben. Und ich würde das jetzt einfach... Wir testen das gleich nochmal live. Und dann kann man uns das ja nochmal angucken, ob das wirklich so ist. Und ich gehe aber ganz stark davon aus. Das macht für mich einfach Sinn. Und ich setze jetzt hier, auch wenn wir hier noch nicht ganz mit dem ganzen Abarbeiten fertig sind, jetzt einfach mal... Setzen wir mal die 10 Bäume hier dazwischen, dass wir uns das mit der anderen Palette angucken können. Hier sind ja keine Bäume mehr und ich weiß gar nicht... Ja, ich glaube, die ganzen Stümpfe, das nehme ich alles noch mit weg. Bei den Büschen... Müssen wir mal gucken. Überlege ich mir noch. So, 5. Ja, ein bisschen müssen wir den Berg hier auch noch leer haben. Aber den werde ich jetzt auf alle Fälle als nächstes vollpflanzen. Denn der ist jetzt hinten und oben ist noch eine kleine Ecke. Aber ich will jetzt hier auf alle Fälle schon mal langsam anfangen. Denn das... Klar könnte ich jetzt das ganze Holz unten an den See pflanzen. Aber im Endeffekt... Ja, es ist schon... Es ist... Wir werden ja merken, wenn die Bäume ausgewachsen sind, ne? Unterm Strich. So, jetzt können wir mal ganz kurz noch mal rüber gehen zum Erntter. Der müsste nämlich hier oben stehen. Da ist er. So, genau. Und jetzt können wir das ganze Thema noch mal kurz anschneiden. Also. Mach den mal auf. Und dann ist es ja egal, was wir für einen Baum nehmen, ne? Wenn ich jetzt an den ranfahre... Jetzt sehen wir den gelben Ring, ne? Das ist quasi das, was... Äh... Ich als Kran zum Baum ausrichten, ne? Auf der Tastatur ist es die Taste U. Ne? So, wenn ich die Taste gedrückt halte, dann fängt er hier an, sich sozusagen... So einen Baum auszurichten. Und dann könnt ihr den einfach absägen, im Normalfall. So, und dieses Feature... Wie gesagt, Platinum Expansion. Und der zweite Punkt, das können wir jetzt gleich noch mal testen, ob das so funktioniert. Aber ich gehe ganz stark davon aus. Ist die... Automatische... Ne, wo ist denn das? Ist das hier? Scheint hier zu sein. Vereinfachte Kransteuerung. So, ich gehe jetzt hier auf Aus. Und dann habe ich ja jetzt den Punkt, dass ich... Die... Jetzt mache ich die hintere Achse, ne? Und, äh... Es ist alles ein bisschen anders, ne? Die Kransteuerung ist generell einfach ein bisschen anders. Und jetzt habe ich... Ja, tatsächlich. Jetzt habe ich nämlich diese Funktion nicht mehr. Ah, es ist... Es ist ungewohnt. Ich glaube, man kann damit auch gut spielen, ne? Aber für mich ist es auch einfach ungewohnt. Und ich finde tatsächlich... Ja, so viel schwerer ist es nicht. Aber hier gibt es die Option nicht, ne? So, dafür... Das heißt also, ihr braucht definitiv, müsst ihr die vereinfachte Kransteuerung hier in dem Menüpunkt, müsst ihr die aktivieren. Und dann, ähm, funktioniert das auch. Muss man sich halt ein bisschen wieder umgewöhnen. Aber dann kriege ich auch, denke ich, den gelben Ring, wenn ich nah genug ranfahre. Genau, jetzt habe ich ihn wieder. Und jetzt kann ich, wenn ich möchte, einfach hier ranfahren. Zack, die Tastenkombi halten. Und dann... Ja, mein Bäumchen hier einfach absägen. Oh, hat gar nicht geklappt. Aber... Ja, also... Ich nutze das Feature tatsächlich manchmal. Aber nicht permanent, tatsächlich. Also, mittlerweile ist es echt so, dass ich sage, ich halt gerade Bock habe, ne? So. Dann haben wir den noch mit her. Ansonsten würde ich sagen, muss man heute gar nicht so viel hier machen. Ich weiß gar nicht, wie viel hatten wir im Sägewerk? Ja, der Sägewerk ist fast voll. Also, wir werden uns auch nicht mehr lange in dem Monat aufhalten, ne? Wir haben ja jetzt durch diese zwei Figuren, die wir beim letzten Mal gekriegt haben, ein bisschen was an Geld gemacht. Und ansonsten haben wir in diesem Monat ja auch schon die Produkte verkauft. Das heißt, wir sind aktuell auf einem ziemlich guten Level, ne? Sonstiges, das sind die zwei Skulpturen mit drin. Bei dem Rest bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. Und... Genau, verkaufte Fahrzeuge, alles schick, alles fein. So, ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt als allererstes mal das hier. Und dann würde ich sagen... Oder machen wir Zuckerrüben? Ich weiß halt nicht. Die Lohnkosten werden uns schon auffressen, ne? Und hier müsste ich eigentlich Autodrive einfahren. 16.000, 15.000 und dann wären wir wahrscheinlich gefühlt für so ein Feld 10.000 Euro Lohnkosten haben. Ich glaube nicht, dass sich das rechnet. Und die beiden sind eigentlich auch Schwachsinn. Ich würde das trotzdem machen. Gerät ausleihen. So. Wo sind sie? Die müssten ja jetzt eigentlich tendenziell... Genau, wenn ich hier aussteige, da ist es. So. Und dann nehmen wir die zweite Mission, nehmen wir nämlich auch dazu. Aber wir fahren erst mal mit dem hier rüber. Wir können das ruhig schon nochmal mitnehmen. Das eine Mal, wenigstens ein paar von den Lohnaufträgen ist das schon ganz gut. Das sind zumindest die Kreditzinsen, die wir da schön reinhauen. Und, ähm, ja, war's schon. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen tendenziell beide, ne? Ernten ist aktiv und das ist noch der hier. Da nehmen wir Vertrag, akzeptieren. Exakt. So. Und dann sind das als Aktiv Feld 3 und Feld 2. Und Feld 2 ist hier. Das ist das Nächste. Vielleicht fangen wir damit einfach an. Tendenziell können wir hier auch den Giants-Helfer mal nutzen. Der kann auch mal was tun für sein Geld. Ich weiß nicht, ich hab den schon ewig nicht mehr probiert. Oh Gott, nee, warte, Moment, das war falsch. Ähm, Ziel setzen. Okay, wo fährt er lang? Er fährt hier lang. Er fährt hier unten lang. Und dann... Okay, lass mal, lass mal dem Giants-Helfer das mal machen. Und wir fahren... ... damit. Dieser Gentraktor hätten wir nicht mal unbedingt gebraucht. Aber wir nehmen das jetzt einfach so mit, wie das hier ist. Ist das eigentlich ein automatischer Ladewagen? Ja, der müsste eigentlich, ne? Weil sonst krieg ich die ja gar nicht drauf. Das wird spannend. Also das hab ich mir tatsächlich mit dem auch noch nicht angeschaut. Aber das werden wir ja heute dann auskriegen, wie das funktioniert. Es gibt eine Arbeitsstellung. Ich denke, das wird so ähnlich funktionieren. Wenn wir rückwärts dann an den Ballen ranfahren, glaube ich, dass das... ... dass der dann automatisch den Ballen auflädt. Macht für mich Sinn. Aber wir könnten hier auch mal hier rumfahren. So. Und auch von unten rangehen. Also der Giants-Helfer funktioniert super. Wenn man davon ausgeht, dass das wirklich eine ganz stinknormale Straße ist, ne? Nichts wirklich großartig speziell ist. Es ist einfach nur zum Feiern. Ja. Okay. Ach, ja, genau. Die zweite Sache, die mir noch eingefallen ist. Ist ja auch nicht so wichtig. Aber... YouTube hat natürlich immer noch nicht meinen Kanal... Äh, ich bin immer noch nicht YouTube-Partner. Aber ich bin mittlerweile ein Giants-Partner. Es gibt mittlerweile, wenn ihr auf meinem Kanal guckt, einen Link oben in dieser... Ja. Auf meiner Kanalleiste da oben, wo quasi dieser Header ist, das Banner. Da gibt es einen Link zu... Ja, quasi zum Giants-Store. Es gibt... Es ist ein bisschen komisch gelöst. Also die haben... Ich muss mich da erst mal ein bisschen dran gewöhnen. Also, das ist ja für Leute, die wirklich sagen, die haben Bock, sich das Spiel zu kaufen oder irgendein DLC oder irgendwas aus dem Shop. Ähm, das spielt jetzt auch keine Rolle, ob das jetzt zum LS19 oder LS20 ist. Aber die einzelnen Links sind natürlich zu den einzelnen Produkten. So. Und, äh... Ja. Also, ganz kurz ein bisschen Werbung. Wenn ihr Bock habt, euch das Spiel so oder so zu kaufen, dann könnt ihr mich damit jetzt als Creator unterstützen. Das ist im Endeffekt das Ziel so einer Partnerschaft. Ich mache quasi ein bisschen Werbung für Giants. Das ist ein cooles Spiel. Das wissen wir alle. Aber die meisten von euch haben es ja auch. Und... Ja, wenn ihr es euch sowieso kaufen wollt, könnt ihr das über Giants tun. Und dann gibt es den... Könnt ihr einfach in diesem Partner-Code-Feld da Sense eingeben. Na? Und dann, ja... Würde ich halt sozusagen ein bisschen Provision dafür bekommen. Das ist im Endeffekt der ganze Zauber. Aber das kennt ihr sicherlich von den anderen YouTubern auch. Ich bin jetzt auch Giants-Partner. Und von daher klappt das da genauso. Das nur einfach so ein bisschen am Rande. Weil ja doch der ein oder andere schon geschrieben hat, der hat sich das Spiel geholt und so. Seitdem er meine Let's Plays jetzt geschaut hat, hat ihm das gut gefallen und so. Und... Ja. Das so by the way. Genau. So. Ich werde die Links auch sicherlich nochmal irgendwann in meine Videobeschreibung reingucken. Aber das ist halt immer so ein Ding. Es ist wirklich ein bisschen komisch gelöst, weil man hat halt immer die Links für die einzelnen Produkte. Das ist ein bisschen... Ja. Wahrscheinlich mit dem... mit dem... Code an sich wahrscheinlich einfacher. So. Anzahl Vorgewände in dem Moment. Ich bin hier falsch. Seht ihr mal, wenn man quatscht und... Wir machen drei. Wann, wer war ich? Ja. Ich glaube, das reicht wahrscheinlich zu. Ist ja eh nur... So reicht das zu. Können wir den so lassen. Und dann... Bin ich mal gespannt. Haben wir Lohnkosten aktuell? Sind welche bei uns drin? Mietkosten. Ist klar. Betriebskosten. Sind hier Lohn... Lohnzahlung. 3000. Also wir haben schon ein bisschen Lohnzahlung gehabt. Natürlich. Logischerweise. Weil wir das... Ganze... Die ganze Feldarbeit oben natürlich... Über... Über Lohnarbeit haben machen lassen. Und ähm... Ja. Okay. Erster Wegpunkt. Den habe ich tatsächlich, glaube ich, auch noch nicht im Einsatz gesehen. Ich habe... Ähm... Der Oldstream Farm... Haben wir den John Deere gehabt. Den gab es ja damals mal als Schnäppchen im Angebot, im Shop. Und da habe ich den damals gleich genutzt. Und der John Deere hat ja sozusagen... Der macht ja Rundballen. Und der hat dann so eine... Und der hat dann so eine Kammer. Und der macht... Sammelt erst ein bisschen... Ein Viertel. Und dann... Das nächste Viertel. Dann das nächste Viertel. Und wenn er das vierte Viertel voll hat, dann macht er erst den Ballen. Irgendwie so in dem Dreh war das. Und der hier sammelt komplett. Der sammelt komplett jetzt einmal den Ballen voll. Und das sind aber... Quaderballen. Die sind halt einfach größer, ne? Was ist schon auch ein spannendes Gerät. Also ich muss ja sagen, ich mag ja bauen wollen. Er presst das jetzt... Er hat das bestimmt gesammelt und hat es jetzt nach oben gepresst, kann ich mir vorstellen. Und so presst er wahrscheinlich jetzt Ebene für Ebene voll. Das ist jetzt einfach mal meine Vermutung. Kann sein, dass ich da falsch liege, ne? Also nimmt das nicht viel. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Ich quatsche einfach nur, was ich denke. Und teile das dann. Okay. Ich würde sagen, wir lassen den mal machen. Wir gucken hier dann später nochmal mit rein. Deswegen haben wir es jetzt hier gleich mal durchgestartet. Ich werde auf alle Fälle beide Missionen so nach und nach durchschießen. Müssen wir mal gucken. Sonst ist ja jetzt hier im Oktober auch nicht mehr viel los. Wir müssen noch ein paar Bäume ernten, etc. Drum und dran. Aber ja, der jetzt erstmal hier. So, der kann hier eigentlich auch erstmal stehen bleiben. Der stört uns da nicht. Und wir werden jetzt hier nochmal ganz kurz in den Traktor reinhoppeln. Guck ich gerade unten in die Ecke und sehe schon wieder, dass es schon wieder 20 Millionen rum sind. Ich schaffe schon wieder überhaupt nicht das, was ich geplant habe. Also es wird wieder eine längere Folge wahrscheinlich. Aber ist auch okay. Wenn es jetzt schon weniger Folgen gibt, dann können sie ruhig schön lang bleiben, oder? Dann könnt ihr euch das gerne sonst nochmal zweiteilen. Ja, ich glaube, es gibt ja, es gibt ja, ich habe tatsächlich auch angefangen mit Let's Plays damals. Die waren nur so 17 bis 25 Minuten. Das war so mein, mein, mein Anfangsbereich. Aber dann wäre jetzt die Folge fertig. Und irgendwie fühlt sich das für mich immer noch so an wie, als, wie, wie Einleitung. Ich glaube, wir kriegen, kriegen wir die so hier raus? Ne, ich glaube, ich muss die abladen. Wir holen mal kurz den Gabelstabler rüber und laden die ab. Wäre halt geil, wenn ich die mit dem Gabelstabler gleich da draufladen könnte. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Ah, und hier stehen tatsächlich schon wieder eine ganze Menge Paletten rum. Könnt ihr mal sehen. Wir haben heute früh erst verkauft. Und da ist schon wieder gut was da, ne? Weil halt im Oktober auch ein bisschen was gelaufen ist. Das schon folgt. Aber ja, ich werde tendenziell Oktober, November, Dezember. Wir werden tendenziell im Dezember wieder verkaufen. Ich werde das jetzt alle zwei Monate so durchziehen. Und da wird es auch wieder genauso mit dem Zug einfach nach... Nach... Na, ihr wisst schon. Nach irgendwie gehen. Und ich weiß, die Preise müssten tendenziell schlechter sein. Ich glaube, was die Holzwirtschaft angeht, sind die Preise im Sommer am besten. Soweit ich mich erinnere. So. Guck mal, das gute Stück. Ja, wie gesagt, funktioniert jetzt natürlich so nur begrenzt. Ich würde aber sagen, wir fahren hier einfach mal ran. Und dann gehen wir zum Fahrzeug und laden dann. Das müsste ja eigentlich klappen. So nimmt er ihn auch. So fühlt sich das eigentlich auch, denke ich, relativ realistisch an. Dann können wir ihn hier abstellen. Äh, okay. Ich bin zu fett. Könnte ich doch nicht so viel Lasagne essen sollen. So, sehr gut. So, und dann seht ihr das. Jetzt haben wir 240 Bäumchen hier. Ich sehe natürlich jetzt unten nicht, was es für ein Baum ist, oder? Ich sehe nur, dass ich die Pflanzmaschine natürlich anschalten kann. Rein logisch, ne? Alles klar. Aber ansonsten sehe ich hier nicht wirklich viel. Und wir können jetzt hier natürlich einfach das Ding absenken und ballern jetzt die Bäume hier rein. Und dann werden wir mal sehen, was dann letzten Endes da draus passiert. Jetzt stehen wahrscheinlich gleich zwei nebeneinander. Nehm den mal hoch und mach den mal aus. Nicht, ich will... Und jetzt können wir wieder runterfahren. Ja, und da haben wir natürlich echt... Also, da kann man... Da muss man ja gar nicht mehr wirklich großartig zwischenladen. Also, ich bin mir noch nicht sicher, was ich davon halte, aber... Naja, im Endeffekt ist es, wie es ist, ne? So, wir müssen die vordere Ecke hier auch gar nicht so vollpflanzen. Ich glaube, das passt schon so. Ja, war jetzt auch mehr oder minder eigentlich nur mal, um sich den ganzen Kram nochmal anzugucken. Ich glaube tatsächlich, dass es Sinn machen kann, dass wir immer wieder... Ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Ja, ich muss mal gucken. Ich, äh... Wie wir das dann handhaben, ob ich dann einfach ein bisschen pflanze. Und ich glaube, wir werden das immer wieder machen. Ich glaube, so wirklich komplett, den kompletten Akt mit einmal abzuschließen, hätte ich, glaube ich, kein Bock. Und von daher... Denke ich, werden wir... Wenn wir das immer mal wieder einschieben... Immer mal ein paar Bäumchen und dann immer weitergehen. Und irgendwie sehen wir ja dann letzten Endes auch, wenn sie ausgewachsen sind. Weil wir ja ungefähr wissen, wie groß sie dann sind. Ja, also gerade die Küstenkiefern und so, die wären halt dann eben 36 Meter oder so. Und auch da war es ja auch, dass der ein oder andere geschrieben hat, dass er die ganz gerne schon fällt, wenn sie kleiner sind. Und dass da der Workflow einfacher ist. Weil einer hatte, glaube ich... Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, einer hatte das geschrieben. Er nimmt dann nämlich... Den hier, den John Deere. Und hier kriegt er die aber in der vollen Wachstumsstufe nicht rein. Zumindest nicht zwei Stück. Und er... Macht das dann quasi tatsächlich so, dass er mit... Also quasi damit fällt. Mit dem Fällen. Und mit dem Volvo, mit dem hier. Und dem... Halt, zurück. Mit dem Volvo. Und dem Prozessorkopf. Entastet er sie und schneidet sie dann auf Länge. Ja, kann ich mir echt gut vorstellen. Also, glaube ich, ist auch eine sehr valide Variante. Aber ich denke, ich werde sie auswachsen lassen und werde das einfach so machen wie bisher. Das finde ich für meinen Teil tatsächlich so, wo ich sage, das ist für mich am ansprechendsten. So, wir gehen jetzt mal. Genau, wir nehmen den mit. Und... Wir werden beide machen. Wir werden beide machen. Ach, drei Aktive. Stimmt, wir können bloß drei haben. Stimmt. Da war was. So. So, Land 14. Wir sehen es ja eigentlich auch, wo es sein müsste. Da sehen wir es. Genau. Wir müssen einmal darüber. Die Frage ist, schafft er das, wenn ich den jetzt hier... Ja, ist ja nicht so schnell, ne? Der braucht schon eine Weile. Wenn ich sage Ziel setzen... Wie gesagt, stehen die. Nicht doof. Ja. Genau, da müssen wir hin. Ja. Ich würde mal so machen. So, halte er das mit den Feldwegen. Tendenziell gehe ich mal davon aus, dass Giants hier ein Straßennetz hinterlegt hat, was das auch registriert. Aber ich bin mir natürlich nicht sicher. Im Moment fährt er... Könnte sein, dass er auf die große Straße fährt. Wir lassen ihn mal machen. Und wir holen uns unseren Tieflader und fahren da nämlich hinterher. Denn mit dem Tieflader können wir den ganzen Kram dann transportieren. Und es hat mit dem Radlader... Tatsächlich hat das Aufladen von den großen Baumstämmen nämlich ganz gut funktioniert. Deswegen würde ich das heute einfach wieder so machen. So. Und mit ihm können wir aber ganz getrost hier einfach... Wo sind wir jetzt? Hier sind wir. Würde einfach hier den Weg langfahren. Naja, er fährt wirklich hier außen rum. Macht schon auch Sinn. Aber gucken, wir lassen mal die Karte zumindest so ein bisschen an. Muss mich noch ein bisschen orientieren. Ich kenne mich noch nicht so gut in den Wäldern hier aus. Das ist tatsächlich noch so ein Punkt. Da sind wir noch... Da ist noch ausbaufähig. So, würde aber... Trotzdem genau hier jetzt rum. Aber ich genieße das auch tatsächlich hier durch die Wälder zu fahren. Das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gemacht. Und es war immer schön. Es ist immer irgendwie... Es ist so idyllisch hier. Macht so viel Spaß. So, hier müssen wir jetzt, glaube ich, rüber. Oh, da geht es ganz schön weit runter. Es ist ja schon Snow Warner-like hier. Mit so einer Abfahrt. Da landen wir doch auf der großen Straße. Also wir hätten den Weg sicherlich ein bisschen abkürzen können. Das wäre schon gegangen. Aber wahrscheinlich ist unser Radlader auch nicht viel schneller. Wie ich die Sache sehe. So, jetzt gucken wir mal. Wo müssen wir jetzt... Genau, rechts. Nee, links und dann am besten rechts. Und dann halten wir uns rechts. Das wäre, glaube ich, der einfachere Weg. So, genau. Hier auch wieder rechts. Ja, und dann müssen wir uns auf alle Fälle dann auch im nächsten Jahr, wird es ja so sein, hier müssen wir auch rechts, dass wir, wenn wir die Silage abgeben, da nochmal richtig Kohle machen. Lasst uns mal davon ausgehen, im Dezember verkaufen wir, machen wir gleich noch, wenn wir da sind, wir fahren mal kurz hin. Im Dezember werden wir Möbel verkaufen, ne? Also Möbel, ihr wisst, was ich meine, ne? Alle unsere Produkte, die wir erzeugt haben, unsere Erzeugnisse, die werden wir alle verkaufen. Und das können wir auch im Februar machen, ne? An den beiden Tagen hier sind erstmal die ganzen Baumstämme. Guck mal, die liegen diesmal anders da. Hab die sonst... Das ist nicht so in Erinnerung. Aber ist nicht schlimm. So, jetzt gucken wir mal, wo der Kollege bleibt. Ist zumindest auf dem Weg. Lassen wir den mal hier rollern. Und dann können wir währenddessen nämlich nochmal gucken. Also, genau. 280.000 haben wir jetzt noch. Als Schulden. Und wir werden jetzt im Dezember einmal verkaufen. Im Januar dann, denke ich, die Silage. Das habe ich ja schon ungefähr ausgerechnet, was uns das gebracht hat. Ich habe es nur schon wieder vergessen. Ich habe auch, glaube ich... Das Fenster nicht mehr offen. Moment, aber wir können uns das nochmal nachrechnen. Das war irgendwas mit... 902 habe ich in Erinnerung. Mal 195, ne? Genau. Sagen wir mal 180.000. Also, das heißt, wir werden da 180.000 machen. Und wir werden für verkaufte Produkte... Ich bin mir nicht sicher. Aber wir werden, glaube ich, keine... Wir haben ja 170.000. Lasst uns mal rechnen. Wir machen dreimal 170.000. Das heißt, wir werden 500.000 Euro machen. Und da haben wir auf alle Fälle ein bisschen Budget. Und da müssen wir dann auf alle Fälle gucken, wo wir das dann rein investieren. Es gibt ja dann... Tendenziell wird, denke ich mal, hier die zweite Stufe an der Achterbahn soweit sein. Das würde ich mir auf jeden Fall ganz gerne angucken, was das dann ist. Das werden wir dann sehen. Und dahingehend... Danach wird es sich wahrscheinlich richten, was wir an Gebäuden machen werden. Ansonsten glaube ich ganz stark daran, dass wir in Richtung nächstes Jahr... Vielleicht schon in den Schafstall investieren können. Das wäre eine Option. Mit Schafen. Das klingt eigentlich ganz cool. Und aber auch gegebenenfalls mal ein paar Hallen. Irgendwie, wo wir ein bisschen was abstellen können. Das fände ich, glaube ich, recht sinnvoll. So. Der Giant-Selfer hat es ganz gut hingekriegt. Ich bin eigentlich zufrieden. Es hat geklappt. Und da macht das hier tatsächlich auch ein bisschen Spaß. Und jetzt können wir mal gucken, dass wir das heute hier hinkriegen. Ich bin natürlich schon wieder eine Weile her, dass ich mit dem hier rumgefahren bin. Und wenn wir hier immer so drei oder vier von den Stämmen aufgeladen kriegen mit Eimer, dann bin ich eigentlich relativ zufrieden. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach zu halten und fahren lieber mit dem noch ein Stück zurück. Dann muss ich mit dem anderen nicht so viel rangieren. So. Macht sich ja einfacher, ne? Ja, und ich muss sagen, das habe ich im Stream damals schon gesagt, wo ich das erste Mal diese Missionen gemacht habe. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz coole Beschäftigung. Ich glaube aber, wir gehen hier mal mit den Spikes ein bisschen runter. Fahren die mal noch ein, genau. Also unterm Strich, für die Zeit, die man hier rein investiert, gibt es eigentlich ganz gut Kohle. Und hier muss ich auch sagen wieder, das habe ich auch im Stream erwähnt schon. Es ist wirklich so, dass ich sagen muss, hier funktioniert das auch mit diesem Greifer. Ich bin mir nicht sicher, das ist ja nicht der klassische Entladegreifer, sondern einfach nur diese Poltergabel hier für den Radlader. Aber ich finde, die funktioniert hier so schön. Ob die eine jetzt festsitzt, weiß ich nicht. Es kann sein, dass der uns gleich rausrutscht. Schauen wir mal das Beste, dass der jetzt stecken bleibt. Schon runtergefallen. Aber am Anhänger ist das ja nicht so schön, ne? So. Pullert auch raus. Nee, also das ist wirklich eine Sache, wo ich sagen muss, das gefällt mir echt gut. Also das hat mir beim letzten Mal schon Spaß gemacht. Das klappt recht anständig. Aber im Endeffekt ist es eine Handlingfrage. Und ich meine, jeder, jeder hat da so seine Vorlieben. Drei werden cool. Aber ich glaube, drei wird schwierig. Naja, wir nehmen auch zwei. Ich bin zufrieden. Das passt schon so. Je wir hier lange rummuddeln und dann im Endeffekt viel mehr Zeit verschwenden, als wenn wir nochmal gefahren werden. Ja, und da passt das schon. Und man muss wirklich sagen, also für diese Zwecke reicht dieser kleine Radlader hier wirklich vollkommen aus. Da brauche ich jetzt kein Riesengerät oder so. Ich meine, klar ist es schöner, wenn es ein bisschen schneller ist. Aber wenn das hier mit dem Giants Helfer gut funktioniert, dann muss ich hier auch nicht irgendwie jetzt anfangen, noch Kurse einzufahren mit Autodrive. Und ja, ich weiß, der Vorschlag kam schon. Es gibt ja wahnsinnig viele Autodrive-Kurse dafür. Aber da bleibe ich auch wieder dabei. Ich mag gerne meinen eigenen Kurs fahren. Und ich finde auch tendenziell, wenn das so funktioniert, stört mich das auch nicht, dann kann man ja eine Kombination aus Autodrive und dem klassischen Giants Helfer benutzen. Das ist ja völlig okay. Geht davon aus, dass die Consoleros unter euch ja wahrscheinlich den Giants Helfer auch nutzen werden. Ganz einfach, weil es gar keine anderen Alternativen gibt. Keine anderen Alternativen sind auch wieder ein sehr gutes Deutsch-Sense. Ihr wisst, was ich meine. Keine Alternativen. So. Ich würde sagen, 37. Naja, wir machen die Mission mal fertig, oder Freunde? So viel Zeit haben wir heute. Wir haben schon einige Folgen gehabt, die weit über die 40 Minuten gegangen sind. Von daher kommt es auf die eine mehr oder weniger auch nicht an. Vielleicht mache ich die andere dann auch doch nicht. Einfach aus Faulheit. Ich würde dann nämlich auch ganz gerne natürlich ein bisschen vorwärts kommen. Und ich will euch aber auch nicht so sehr nerven mit dem Oktober hier weiterhin. Wir wollen schon ein bisschen Programm, soll dann schon werden. Von daher denke ich, wird es dann auf alle Fälle beim nächsten Mal werden wir hoffentlich das geschafft haben, dass wir ein bisschen weiter gespielt haben. Vielleicht haue ich auch zwischendurch spontan mal noch einen kleinen Spielstream rein, wo wir einfach ein bisschen vorwärts kommen. Da war ja jetzt die ganzen Tage eigentlich nicht so viel los. Jetzt muss ich mal gucken, wie man die Zeit so findet. Denn am Wochenende ist auch wieder volles Programm. Und da komme ich auch wieder zu. Nicht viel. Ach, die Welt ist schon manchmal ganz schön traurig. Aber ich weiß auch, dass viele von euch auch gerne sich die Sachen angucken, weil sie selber nicht so viel Zeit haben zum Spielen. Von daher geht es euch eigentlich noch... Was heißt noch? Geht es euch eigentlich genauso wie mir? Aber naja, so ist halt das Leben, ne? Gibt halt auch noch so viele andere schöne Dinge, die man machen kann. So, kommen wir an den jetzt problemlos ran. Das wird jetzt ein bisschen... Moment, wir können... Obwohl, wir können den ein bisschen zu uns ziehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass der hier Schaden nimmt. Ich denke, das mit dem Schaden ist tendenziell eher darauf bezogen, dass man den nicht durchsägen soll. Ansonsten denke ich, sollte das passen. Sehr schön, so. Ja, noch vier Stämme. Ich denke, da kriegen wir nicht mit einmal. Die werden wir auf alle Fälle mit zwei Furen fahren. Ich habe schon mal Glück gehabt. Da habe ich schon mal vier Stück auf die Schaufel bekommen. Aber das halte ich für sehr unrealistisch. Aber die sind eben doch so groß, dass es schwer ist, die am Stück zu bekommen. Dann müsste ich die Gabel jetzt noch ein Stück weiter rum bekommen können. Und das klappt aber, glaube ich, nicht. Oder man müsste hier einen über den anderen schieben. Dann könnte es vielleicht klappen. Wenn die übereinander legen, würde das gehen. Na, gar nicht so schlecht, oder? Jetzt muss man bloß irgendwie versuchen, dass wir den Kram hier oben in den Hänger reinkriegen. Dann ist gut. So. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Das haben wir gepackt. Also geht doch ganz anständig, würde ich sagen. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, wie lange wir jetzt letzten Endes gebraucht haben. Aber ich glaube, das war von der Zeit her grundsätzlich erstmal recht akzeptabel. So, jetzt müssen wir nochmal schauen, wo wir den Kram abgeben müssen. Und dann schauen wir uns nämlich noch an, wo jetzt der... Aber ich glaube, die Hälfte des Feldes hat er jetzt ungefähr abgeerntet, so wie das hier aussieht. Ja, mal einen Blick drauf werfen. Wir sehen es nicht, ne? Doch, hier sehen wir es. Ein bisschen über die Hälfte hat er jetzt schon weg. Okay, also. Lohnaufträge, Baumtransport aktiv. Und zwar sollen wir das bringen zum südlichen Sägewerk. Ja, wie sonst auch. Das war beim letzten Mal dasselbe Spiel. Wir müssen also mal am besten wenden. Oder wir fahren... Oben raus. Das würde auch gehen. Ja, ich glaube, das spielt jetzt keine so große Rolle. Von oben raus, dann rechts. Und dann die Strecke ganz lang, bis wir wieder auf der anderen Hauptstraße sind. Nee, also ganz ehrlich, das könnte ich mir auch richtig gut vorstellen. Da könnte man, denke ich, im Zweifel sonst auch richtig viel Geld machen. Wenn es jetzt nicht die anderen Möglichkeiten gäbe. Ich meine, wir haben ja gute Möglichkeiten, wirklich mit dem, was wir haben, Geld zu verdienen. Mit den Grundstücken, mit den Bäumen, die da sind, funktioniert das schon recht sauber. Aber selbst wenn man das nicht hätte, könnte man jeden Monat zwei so eine Mission machen und würde da auch schönes Geld machen. Ja, genau. Und während wir hier vorfahren, gibt es noch eine Kleinigkeit. Auch wieder für diejenigen, die jetzt noch lange dran sind. Ich sage eigentlich keine Neuigkeit, weil ich bin ja... Weil ich bin ja... Ist ja nicht mit News und so. Aber ich habe das jetzt selber auch mitbekommen, dass es ja jetzt von Giants auch der Year-Two-Pass angekündigt wurde. Ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Folge schon angeschnitten hatte. Ich glaube nicht. Und das wird ja auch wieder spannend. Da bin ich mal echt gespannt, was da kommt. Aber da habe ich das Gefühl, jetzt schon wieder los. Da weiß ich, was nächstes Jahr losgehen wird. Also da werde ich auf jeden Fall auch wieder die neue Karte spielen, wenn die da ist. Ganz exzessiv. Egal, was das wird. Ich werde es auf alle Fälle bis zum Erbrechen, werde ich das aussuchten. Und bei den anderen DLCs bin ich mir tatsächlich unsicher. Ich habe mir ja hier in dem ersten Jahr nur die Platinum-Expansion gekauft. Und ansonsten, ich habe den Season 1-Pass nicht und habe auch keine DLCs aus dem Pack gekauft sonst. Denn das andere hat mich alles nicht so richtig gereizt. Das Pumps & Hoses Pack, wie gesagt, war ja nicht mal in dem Season 1-Pass drin, weil das ja von anderen Entwicklern kam irgendwie. Und da hätte ich auch nur Bock gehabt auf die modulare BGA von Giants. Also direkt fürs Game. Aber es ist auch die Frage, ob man das braucht. Ich habe halt ein paar Probleme gehabt mit der Mod-Modulare BGA. Aber gegebenenfalls lag es da auch an der Art und Weise. Und das ist da, dass ich mir diese Bugs selber so ein bisschen beschert habe durch die Platzierung von anderen Gebäuden. Oh, 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 oh. Was ist das wieder? Ah, ist das ärgerlich. Naja, ist halt so. Aber ich werde ihn jetzt trotzdem einfach wieder aufheben. Ich habe keine Lust, ehrlich gesagt, wenn wir das jetzt hier alles wegschmeißen. Das wäre schon schade. Gucken wir mal den. Ja, das bist du mir echt angewöhnen. Ja, dafür ist eine Superstärke schon mal ganz gut. Kann man ja auch nicht vorstellen, dass wir so schnell waren, dass der LKW eigentlich gleich umkippen müsste. Das ist schon von der Physik her manchmal ein bisschen komisch. So, südliches Sägewerk. Genau, wir müssen am ganz normalen Abladepunkt abladen, so wie ich das in Erinnerung hatte. Da gab es nichts Spezielles. So, Feld ist auch um zu 60% schon mal abgeschlossen. Bin mal wirklich gespannt, was das dann für Lohnkosten wären. Boah, das ist auch, aber auch dieser Verkehr hier, das ist wirklich echt eine Katastrophe. Also ich weiß noch, in Orbelleran war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich den individuellen Verkehr abgeschaltet habe. Ich will das nicht, denn prinzipiell finde ich das schön, wenn die Straßen ein bisschen belebt sind. Aber ist schon manchmal ein bisschen anstrengend. Das muss man zugeben. So, wir müssen, glaube ich, wenn wir es wirklich richtig machen wollen, müssen wir, glaube ich, von unten ans Sägewerk ran. Hier, ne? Also, schon krass. Wobei, natürlich klar, die Geschwindigkeit ist schon recht hoch. Das unterschätzt man. So, genau, auf der Seite rein. Ich merke auch langsam, dass meine Stimme weg ist. Also, wie gesagt, ich habe es ja in der letzten Folge schon erwähnt. Ein bisschen Erkältung ist am Start. Von daher, wir werden das jetzt hier ausladen. So, okay. Den haben wir abgeschlossen. Sehr gut. Gab es ein bisschen Kohle. Dann können wir gleich nochmal kurz hier reinschienen, was jetzt die... Lohnzahlung sagen, 4.000 sind wir aktuell. Aber ich glaube, der berechnet das ja immer in gewissen Abständen. Aha, genau. Hier ist er. Und da liegt auch schon der erste Ballen. Wer hat er jetzt ja eigentlich gehabt? Naja, 18 Prozent also. Ich glaube, das müssten tendenziell zwei Ballen werden. 20.000 Liter hat so ein Ballen. Das ist schon Wahnsinn, ne? Das ist schon Wahnsinn. Ich weiß auch gar nicht, kriegen wir hier ein Ballen drauf oder zwei. Ich glaube, zwei. Bin mir aber jetzt nicht sicher. So, das ist spannend. Das ist jetzt für mich nämlich auch neu. Das habe ich noch nie gemacht. Ich weiß auch nicht, wie der die auflädt. Also, wir gehen mal in den Arbeitsmodus und fahren mal rückwärts ran. und schauen mal auf, was passiert. Ja. Und es sieht so aus, als ob er bloß einen transportiert. Ja, 100 Prozent. Okay, alles klar. Wo sollen wir den Kram jetzt abliefern? Was sagt denn das Ding hier? Ähm, ernte Baumwolle auf dem Feld 2 ab und bringe die Erzeugnisse dann hierhin. Silver 1 Market. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir mit beiden Missionen ein bisschen was überhaben werden. Denn ich glaube, dass der Transport von dem einen Ballen mit zur gesamten prozentualen Zahl mit dazugehört. Das weiß ich aber nicht genau. Das werden wir jetzt gleich feststellen, ob das so ist. Und dann könnte man quasi, weil wir werden ja vermutlich noch Baumwolle im, 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 ja, in dem Tank haben von dem, von dem Baumwollernter. Und dann einfach auf dem anderen Feld weiterernten. Und dann mal schauen, was dann übrig bleibt. Vielleicht, vielleicht fällt ja ein Ballen ab. Das wäre schon krass. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich unfertige Ballen schon ausgeben kann. Ich glaube, das ging bei den Fahrzeugen nicht. Ich weiß es aber nicht genau. Das werde ich feststellen. Ich darf auf jeden Fall nicht die Mission abgeben. Wobei die, glaube ich, geht. Das kleine Feld, da haben wir das Gerät gemietet. Ich denke mal einfach hier runter, ne? 100% für Feld 3 transportiert. Okay. Ja, also abernten ist komplett. Transport, nicht. So, ach so, die Mission haben wir noch nicht abgeschlossen. Das müssen wir jetzt noch machen. Genau, zack. Erbs noch ein bisschen knede. Ja, genau. Und wir haben über 50 Folgen, äh, über 50 Folgen. Über 50 Minuten voll. Ich glaube, das passt schon so. Ich werde jetzt hier noch den Kram ein bisschen zu Ende rödeln. Oder werde das einfach dann irgendwie, weiß nicht. Mal gucken, ich bin schon ganz schön fertig heute. Gegebenenfalls den Kram dann irgendwie die Tage nochmal streamen. Anwerfen oder so. Ist aber noch keine Garantie. Ich bin Ihnen noch nicht sicher. Vielleicht war der Stream dann auch schon, bis die Folge kam. Das müssen wir mal gucken. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss, tschüss. 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 Vielen Dank.